Mein Name ist Münchenden. München ist mehrsprachig. Mein Name ist Asina. Mein Untertjaschre Kirtem. Mein Name ist Eurot. Mein Münchender Turolobchungbultum. Bin ich Uigurin oder Münchnerin? Ganz einfach beides. Und darum geht es in unserem Verein. Uigurische Mütter in Deutschland. Wir wollen unsere Herkunft nicht vergessen, sondern sie sogar dabei stärken. Gleichzeitig aber uns mit dem Hier und Jetzt beschäftigen und identifizieren.